In dieser Woche kommt eine Challenge mit dem kämpferischen Mars und Revoluzza Uranus auf uns zu. Haben wir vorher noch Zeit, uns darauf vorzubereiten? Das erfahrt ihr in diesem Beitrag über die Sternenwoche vom 8. bis 14. Juli. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Und wir schauen in das Wochenoroskop vom 8. bis 14. Juli. Die neue Woche beginnt mit einem schönen und stabilen Aspekt zwischen der Sonne, unserer Vitalitätsspenderin, und Businessplanet Saturn. Also wer noch nicht im Urlaub ist, sondern einfach arbeiten möchte oder muss, erwischt einen guten Start in die Arbeitswoche und bekommt einiges geschafft. Außerdem ist es ein Aspekt der Verlässlichkeit, der unsere bestehenden Beziehungen fördert, sowohl privat als auch beruflich. Und das können wir noch brauchen, denn die Mars-Challenge kommt. Doch zu Beginn der Woche ist erstmal Liebesgöttin Venus unser Star. Sie wird verzaubert von Romantikern Neptun und schenkt uns süße Stunden in der Liebe. Gut haben es jetzt alle, die irgendwo an einem Gewässer mit ihrem Herzensmenschen Urlaub machen und schön verliebt sind. Genießt es! Ab dem 11. Juli ändert sich die Liebesenergie, dann wechselt die Venus aus dem sanften und seelenvollen Krebs in den strahlenden Löwen. Hier legt sie in der Liebe gern mal einen dramatischen Auftritt hin, gerade in dieser Woche. Denn kaum im Löwen angekommen, befindet sie sich mitten im Spannungsfeld zu Machtplanet Pluto. Und das ist eine Kombi, die Gefühle von Drama und Eifersucht verstärkt. Deswegen wäre mein Rat, den Zusammenhalt zu betonen und wenn ihr liiert seid, eurem Schatz keinen Grund zur Eifersucht zu geben. Umgekehrt ist es jetzt aber auch wichtig, eine deutliche Grenze zu ziehen, wenn euch jemand kontrollieren oder in der Liebe Vorschriften machen will. Es besteht die Gefahr, sich in etwas zu verstricken, das man eigentlich nicht wollte. Das heißt also, in Beziehungen oder beim Neukennenlernen ist jetzt viel Achtsamkeit und Verständnis füreinander gefragt. Aber diese Konstellation hat auch eine äußerst prickelnde Seite. Die Liebe kann nämlich sehr leidenschaftlich werden und in die Tiefe gehen und das macht dann wieder Spaß und kann sehr aufregend sein. Dazu trägt auch die wilde Lilith bei, denn Venus und Lilith halten sich gewissermaßen an der Hand und erhöhen gemeinsam die Schwingungen und die Leidenschaft in der Liebe. Aber Voraussetzung ist eben Vertrauen und Einverständnis. Wenn Unsicherheit da ist, zum Beispiel Eifersucht oder weil der Beziehungsstatus nicht geklärt ist, dann kann es jetzt zu Manipulationen oder eben auch Eifersucht in der Liebe kommen. Dieser Aspekt dominiert eigentlich die ganze Woche und wenn ihr jetzt wissen wollt, auf wen das besonders wirkt, das sind Sachen, die wir in der Community besprechen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr behutsam und bewusst mit euren Sozialkontakten umgeht, denn wir steuern gegen Ende der Woche auf die Challenge des Monats zu. Ab Donnerstag baut sich eine neue Energie auf, wenn Kämpfer Mars und Revoluzzer Uranus sich miteinander verbünden. Und gleichzeitig wird Chiron, der verwundete Heiler, aktiv. Das ist jetzt eine Konstellation, bei der es in Gesellschaft und Politik zu einiger Unruhe kommen kann, wo der Finger in eine schmerzende Wunde gelegt wird, um darauf hinzuweisen, dass etwas so nicht bleiben kann, dass etwas ganz gewaltig im Argen liegt. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Woche eine enge Verbundenheit mit unseren Herzensmenschen pflegen. Dabei werden wir unterstützt von kosmischen Harmonieeinflüssen, die für Ausgleich sorgen. Wenn es gut läuft, gibt es vielleicht einen Ruck, der durch die Menschen geht, aber letztlich zu einem guten Ergebnis führt. Im Privatleben, müsst ihr wissen, besteht immer eine gewisse Neigung, unbedachte Risiken einzugehen, wenn sich Mars und Uranus treffen. Man ist impulsiv, energiegeladen und will losstürmen und prompt hat man sich den Knöchel umgeknickt oder etwas ähnliches. Oder man will spontan eine Lampe auswechseln. Die Leiter ist gerade nicht griffbereit, man steigt auf den nächstbesten Stuhl, der erweist sich leider als wackelig und alles kracht zusammen. Solche Sachen. Und das merkt ihr besonders, wenn ihr in der letzten Woche der Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann geboren seid. Noch stärker wirkt es, wenn euer Geburtsmaß in einem dieser Zeichen steht, aber das kann ich in eurem Horoskop nur sehen, wenn ihr bei mir in der Community seid. Also, die Zeit vom 12. bis zum 18. Juli kann kritisch sein. Zum Glück werden die beiden Planeten ein bisschen im Zaum gehalten von harmonischen Aspekten, sodass mit etwas Glück diese Energie mehr wie eine Art Durchbruch erlebt werden kann. Der eine oder andere, der ein Risiko eingeht, kann damit auch wirklich Glück haben und erfolgreich sein. Wichtig ist nur, dass man hellwach und achtsam mit diesen kosmischen Energien umgeht und sich nicht hetzen lässt. Am besten, ihr lasst ein bisschen Luft in eurem Terminkalender, wenn ihr euch zum Wochenende etwas vornehmt. Und wenn ihr Sport macht, dann sollte es etwas sein, worin ihr geübt und erfahren seid. Dann könnt ihr nämlich viel Spaß dabei haben und sogar besondere Leistungen oder einen Überraschungserfolg erringen. Eine tolle Idee, um mit dieser Energie umzugehen, wäre auch zu tanzen, denn Uranus ist Rhythmus, Mars ist Energie. Ich denke, wenn wir den richtigen Rhythmus finden, das gilt übrigens auch in der Erotik, können wir an diesem Wochenende sogar einige Höhenflüge erleben. Das waren eure Tendenzen in der zweiten Juliwoche und wenn euch diese neue Wochenschau gefällt, dann empfehlt sie doch gerne weiter und teilt die Videos. Wie die Konstellationen für euer Sternzeichen und euren Aszendenten wirken, das erfahrt ihr im großen Monatshoroskop für den Juli auf YouTube und als Podcast.